Hallo, mein Name ist Romeo Revellato, ich bin 15 Jahre alt und ich bin hier im Goldenen Adel aufgewachsen. Hallo, ich bin Sophia, ich bin zwölf und bin hier auch aufgewachsen. Ich bin der Papa und mein Tier. Und wir sind die Familie Revellato, ich bin die Melanie. Wir sind seit 2005 hier in Ellwangen und freuen uns, euch bald wieder bekochen zu dürfen. Wir haben natürlich offen auch To-Go. Die Karte findet man auf unserer Homepage und auf Facebook und diverse auf ellwangen.de. Und wir würden uns freuen, wenn ihr ganz viel bei uns bestellt. Wir haben nicht nur Pizza, wir haben auch Nudeln, wir haben Salat, wir haben ganz viel anderes, auch Desserts für euch zubereitet. Vielen Dank und bis hoffentlich bald. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.